Kapitel 2 Das goldene Zeitalter des Kannibalismus Zu Beginn war Kronos gar nicht so übel. Er musste sich auf der Karriereleiter zum kompletten Kotzbrocken erst noch hocharbeiten. Er befreite die älteren Zyklopen und die Hunderthändigen, was Gaia glücklich machte. Diese monströsen Typen entpuppten sich sogar als ganz nützlich. Sie hatten die Zeit in der Grube dazu genutzt, Stein- und Metallbearbeitung zu lernen. Ich schätze, da unten gibt's auch sonst nichts anderes zu tun. Woraufhin sie aus Dankbarkeit für ihre Befreiung für Kronos einen gigantischen Palast auf dem Gipfel des Berges Otrus errichteten. Das war zu jener Zeit der höchste Berg Griechenlands. Der Palast bestand aus tiefschwarzem Marmor. Haushohe Säulen und riesige Hallen leuchteten im Licht magischer Fackeln. Kronos' Thron war aus einem einzigen Block Obsidian gemeißelt und mit Gold und Diamanten verziert. Was sich beeindruckend anhört, aber wahrscheinlich nicht sonderlich bequem war. Kronos war das egal. Er saß tagelang darauf und beobachtete die ganze Welt unter sich mit einem teuflischen Grinsen und sagte, Meins! Alles! Meins! Seine fünf Titanenbrüder und sechs Titanenschwestern ließen ihn nur machen. Sie hatten schon ihre Lieblingsterritorien ausgesucht und abgesteckt. Und außerdem wollten sie, nachdem sie Kronos die Sense haben schwingen sehen, nicht bei ihm in Ungnade fallen. Kronos war der König des Kosmos. Aber zusätzlich wurde er auch noch zum Titanen der Zeit. Er konnte zwar nicht im Fluss der Zeit herumspringen, wie Doctor Who oder so, aber er ließ gelegentlich die Zeit langsamer oder schneller verstreichen. Wenn ihr also in einer super langweiligen Schulstunde sitzt, die nie enden will, dann ist Kronos am Werk. Oder wenn euer Wochenende mal wieder viel zu schnell vorbei ist, liegt das auch an ihm. Ihn interessierte besonders die zerstörerische Kraft der Zeit. Da er unsterblich war, konnte er kaum glauben, was ein paar kurze Jahre bei einem Sterblichen anrichten können. Nur zum Spaß flog er über die Welt und beschleunigte das Leben von Bäumen, Pflanzen und Tieren, damit er sie schwinden und sterben sehen konnte. Davon konnte er nie genug kriegen. Was seine Brüder angeht, die vier, die ihm beim Mord an Uranus geholfen haben, bekamen die vier Ecken der Welt. Auch wenn die Griechen geglaubt hatten, dass die Erde eigentlich eine große flache Scheibe sei, wie ein Schild, und somit nicht wirklich Ecken besitzt. Aber egal. Krios war der Titan des Südens. Er übernahm den Widder als sein Symbol, denn das Sternbild des Widders ist am Südhimmel zu sehen. Seine marineblaue Rüstung war mit Sternen übersät, aus seinem Helm sprossen Hörner. Krios war der dunkle, stille Typ. Er stand am Südende der Welt, schaute den Sterblichen zu und war tief in Gedanken versunken. Oder vielleicht überlegte er auch nur, wie er an diesen lahmen Job gekommen war. Krios, der Titan des Nordens, lebte am anderen Ende der Welt. Welch Wunder. Ihn nannte man manchmal auch Polus, denn er herrschte über den Nordpol. Das war, bevor der Weihnachtsmann dort eingezogen ist. Krios war auch der erste Titan, der die Gabe der Vorsehung hatte. Krios bedeutet wörtlich übersetzt auch Frage. Er konnte dem Himmel Fragen stellen und manchmal bekam er eine Antwort geflüstert. Unheimlich. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Antworten vom Geist von Uranus kamen oder sonst woher, aber diese Einblicke in die Zukunft waren so nützlich, dass die Titanen begannen, ihm ihre drängendsten Fragen zu stellen, wie Wie wird das Wetter am Samstag? Wird mich Kronos heute umbringen? Was soll ich zu Reas Party anziehen? Solche Sachen halt. Krios vererbte diese Gabe irgendwann an seine Kinder weiter. Hyperion, Titan des Ostens, war der auffälligste der vier. Weil jeden Morgen das Tageslicht aus dem Osten kam, nannte er sich der Herr des Lichts. Hinter seinem Rücken nannte ihn jedoch jeder Kronos Light. Denn er machte, was auch immer Kronos von ihm verlangte und war folglich wie Kronos, nur mit halb so vielen Kalorien und ohne jeglichen Geschmack. Er trug leuchtend goldene Rüstung und war dafür bekannt, immer mal wieder in Flammen auszubrechen, was auf Partys sicher lustig war. Sein Gegenüber, Japetos, war entspannter als Titan des Westens. Ein schöner Sonnenuntergang lädt einfach dazu ein, sich zurückzulehnen und auszuruhen. Trotzdem sollte man den Typen nicht auf die Palme bringen. Er war ein herausragender Kämpfer, der mit seinem Speer umzugehen wusste. Japetos bedeutet wörtlich übersetzt Der Durchbohrer. Und ich schätze, hier war der Name Programm. Der letzte Bruder, Okeanos, übernahm die Kontrolle über die äußeren Gewässer um die Welt herum. Deswegen heißen die großen Wassergebiete auf der Erde heute Ozeane. Hätte schlimmer kommen können. Wenn Japetos die Verantwortung über die Gewässer übernommen hätte, würden wir heute über den atlantischen Japet sprechen oder das Japetblau bewundern. Und mal ehrlich, das klingt einfach nicht halb so gut. Bevor ich gleich über die sechs Titanen-Damen rede, muss ich noch was loswerden. Wie es einfach kommen musste, kamen die Titanen-Typen auf den Gedanken, Hey, Dad hatte Gaia zur Frau. Und wen sollen wir zur Frau nehmen? Dann schauten sie sich die Damen an und dachten, Hmm. Ich weiß, ihr schreit jetzt IGIT! Die Brüder wollen ihre Schwestern heiraten? Jawohl. Ich finde das selbst ziemlich eklig. Aber hier kommt's. Titanen sahen familiäre Beziehungen komplett anders als wir. Erstmal, wie ich vorhin schon erzählt habe, nahm man es mit den Verhaltensregeln damals noch nicht so genau. Außerdem gab es nicht wirklich viele potenzielle Partner zur Auswahl. Man konnte nicht einfach auf Titan-Tinder gehen und Leute treffen. Und am wichtigsten, Unsterbliche sind einfach anders als Menschen. Sie leben mehr oder weniger ewig. Sie haben Superkräfte. Statt Blut und DNS haben sie I-Core und müssen sich daher keine Sorgen über ihre Blutlinien machen. Darum haben sie auch mit diesem Bruder-Schwester-Ding nicht so ein Problem. Du und das Mädchen, auf das du stehst, haben vielleicht dieselbe Mutter, aber wenn ihr ausgewachsen seid, siehst du sie nicht mehr als deine Schwester. Das ist halt meine Theorie. Vielleicht waren die Titanen auch einfach nur alle Freaks. Was glaubt ihr? Auf jeden Fall, nicht alle Brüder heirateten alle Schwestern. Hier ist die Kurzfassung. Das älteste Mädchen war Theia. Wenn man ihre Aufmerksamkeit haben wollte, musste man ihr nur etwas Glänzendes vors Gesicht halten. Sie liebte glitzernde Sachen und sonnige Panorama-Aussichten. Jeden Morgen tanzte sie fröhlich, als das Tageslicht zurückkam. Sie kletterte auf Berge, damit sie alles über Meilen hinweg sehen konnte. Sie grub sogar unter die Erde, damit sie Edelsteine mitbringen konnte, die sie damals mittels ihrer magischen Kräfte zum Glitzern und Funkeln brachte. Theia ist auch diejenige, die dem Gold seinen Glanz verleiht und den Diamanten ihr Glitzern gab. Sie wurde der Titan der Weitsicht. Und weil sie so auf alles Helle und Glitzernde abfuhr, heiratete sie Hyperion, den Herrn des Lichts. Wie ihr euch vorstellen könnt, passten sie super zusammen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie sie überhaupt jemals schlafen konnten, wenn Hyperion die ganze Zeit leuchtete und Theia kichernd neben ihm Funkel, Funkel sagte. Keine Ahnung. Ihre Schwester Themis war komplett anders drauf. Sie war ruhig und nachdenklich und versuchte nie, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie trug immer einen weißen Schal über ihren Haaren. Sie begriff schon früh, dass sie einen natürlichen Sinn für richtig und falsch besaß. Sie verstand, was gerecht war und was nicht. Wann immer sie Zweifel hatte, sagte sie, dass sie ihre Weisheit direkt aus der Erde beziehen konnte. Ich glaube nicht, dass sie damit Gaia meinte, denn Gaia hatte es nicht so mit richtig und falsch. Jedenfalls hatte Themis einen guten Ruf unter ihren Brüdern und Schwestern. Sie konnte selbst die schlimmsten Streitereien schlichten. Sie wurde die Titanin der Naturgesetze und der Fairness. Sie heiratete nie einen ihrer Brüder, was allein schon beweist, wie weise sie war. Die dritte Schwester hieß Thetis und ich verspreche, das ist der letzte Name, der mit einem Tee anfängt, denn selbst ich verliere langsam den Überblick. Sie liebte Flüsse und Quellen und allgemein frisches, fließendes Wasser jeder Art. Sie war sehr nett, bot ihren Geschwistern immer etwas zu trinken an, obwohl die anderen bald schon nicht mehr hören konnten, dass der durchschnittliche Titan 24 große Gläser Wasser am Tag braucht, um hydriert zu bleiben. Außerdem betrachtete sich Thetis als die Hebamme der ganzen Welt, da ja alle Lebewesen trinken müssen. Sie heiratete schließlich Okeanos, was kein Wunder war. Hey, du magst Wasser? Ich mag Wasser auch! Wir sollten unbedingt heiraten! Pfeube, die vierte Schwester, lebte direkt am geografischen Mittelpunkt der Welt. Für die Griechen war das das Orakel von Delphi. Eine heilige Quelle, von wo aus man manchmal Gewisper über die Zukunft hören konnte, wenn man wusste, wie man zuhört. Die Griechen nannten diesen Ort Omphalos, buchstäblich den Nabel der Welt, obwohl nie jemand genauer beschrieben hat, ob er nach außen oder innen gestülpt war. Pfeube war eine der ersten, die herausfanden, wie man die Stimmen von Delphi hören konnte. Aber sie war kein düsterer, mysteriöser Wahrsager. Ihr Name bedeutet Hell, und sie schaute immer nur auf die positiven Seiten des Lebens. Ihre Prophezeiungen lasen sich wie Glückskekse, immer nur gute Nachrichten. Was ja an sich nicht schlecht ist, solange man nur die guten Dinge hören wollte, aber nicht unbedingt hilfreich war, wenn man ein echtes Problem hatte. Wenn man zum Beispiel morgen sterben würde, dann würde Pfeube dir nur sagen, Oh, ähm, also ich sehe voraus, dass du dir keine Sorgen um die Mathearbeit nächste Woche machen musst. Pfeube heiratete Koyos, den Typen im Norden, weil der auch Hell sehen konnte. Leider sahen sie sich nur selten, denn sie wohnten ziemlich weit voneinander weg. Zusatzinfo. Viel später übernahm ihr Enkel, ein Typ namens Apollo, das Orakel. Und weil er ihre Kräfte geerbt hat, nennt man ihn auch manchmal Phoebus Apollo. Titanenschwester Nummer 5 war Nemo Sühne. Und Mann, mit meiner Legasthenie musste ich 20 Mal checken, dass ich den Namen wirklich richtig schreibe. Und er ist wahrscheinlich immer noch falsch. Ich bin mir fast sicher, dass man ihn Nemo Sühne ausspricht. Sie hatte jedenfalls ein fotografisches Gedächtnis, lange bevor es tatsächliche Fotos gab. Sie erinnerte sich echt an alles. Die Geburtstage ihrer Schwestern, ihre Hausaufgaben, den Müll rauszubringen, die Katzen zu füttern. Auf der einen Seite war das gut. Sie führte Buch über ihre Familie und vergaß wirklich nie etwas. Aber auf der anderen Seite war sie nicht zum Aushalten, weil sie einen einfach nie etwas vergessen ließ. Diese peinliche Sache, die passiert ist, als du acht warst? Jep, sie wusste es noch. Dass du ihr vor drei Jahren versprochen hast, ihr den Kredit zurückzuzahlen? Jep, sie erinnert sich. Was noch schlimmer war, sie erwartete, von allen anderen auch so ein gutes Gedächtnis zu haben. Um ein bisschen zu helfen, erfand sie die Buchstaben und die Schrift, damit der Rest von uns armen Irren, die nicht alles im Kopf behalten können, permanente Aufzeichnungen von allem anlegen konnten. Sie wurde der Titan des Gedächtnisses, besonders des Auswendiglernens. Nächstes Mal, wenn ihr auf einen Vokabeltest lernt oder die Länder Europas auswendig lernen müsst, könnt ihr Nemo Sühne danken. Diese Aufgaben sind absolut auf ihre Mist gewachsen. Keiner der anderen Titanen wollte sie heiraten. Wer hätt's gedacht? Schließlich kommen wir zu Schwester Nummer 6, Rea. Die arme Rea. Sie war die netteste und schönste der Titaninnen. Was wiederum hieß, dass sie am meisten Pech und das furchtbarste Leben hatte. Ihr Name bedeutet entweder Fluss oder Leichtigkeit. Beide Bedeutungen passen. Sie schwamm immer mit dem Strom und jedem, den sie traf, erleichterte sie das Leben. Sie wanderte durch die Täler der Erde und besuchte ihre Geschwister, redete mit den Nymphen und Satyren, die aus Uranos Blut erwachsen waren. Sie liebte auch die Tiere. Ihr Lieblingstier war der Löwe. Wenn man sich Bilder von Rea anschaut, hat sie fast immer ein paar Löwen um sich, was die Durchquerung der Welt für sie bestimmt sicherer gemacht hat, selbst in den schlimmeren Gegenden. Rea wurde die Titanin der Mutterschaft. Sie liebte Babys und half ihren Schwestern immer bei der Geburt. Irgendwann, als sie selbst Kinder hatte, bekam sie den Titel Die Große Mutter. Leider musste sie davor erst einmal heiraten. Und genau dann begann der ganze Ärger. Ach, aber alles war doch so toll. Was hätte denn nur schiefgehen können? Das war auch, was die Erdmutter Gaia gedacht hatte. Sie war so glücklich, ihre Kinder in der Führungsrolle zu sehen, dass sie beschloss, sich eine Weile in die Erde zurückzuziehen und einfach nur die Erde zu sein. Sie hatte viel durchgemacht. Sie hatte 18 Kinder gekriegt. Sie hatte etwas Ruhe verdient. Sie war sicher, Kronos würde ein Auge auf alles haben und für alle Ewigkeiten ein guter König sein. Als ob. Also legte sie sich für ein kleines Nickerchen hin, was in geologischen Zeiträumen bedeutet, ungefähr ein paar Jahrtausende. In der Zwischenzeit bekamen die Titanen selbst eigene Kinder, die zweite Generation der Titanen. Okeanos und Thetis, die beiden Wasserratten, hatten eine Tochter namens Klymene, die die Titanen des Ruhmes wurde. Ich schätze dadurch, dass sie am Meeresgrund aufwuchs, wo nie etwas passierte, sehnte sie sich nach allem, was nach Ruhm aussah. Sie las all die Klatschblätter, hörte alle Gerüchte und war immer auf dem neuesten Stand, was Neuigkeiten aus Hollywood anging. Oder wäre es gewesen, wenn es schon ein Hollywood gegeben hätte? Wie viele andere, die nach Ruhm suchten, ging sie nach Westen. Am Ende verliebte sie sich in den Titanen des Westens, Japetos. Ich weiß, technisch gesehen war er ihr Onkel, Pfui, aber wie schon gesagt, bei den Titanen lief das anders. Lieber einfach nicht so genau drüber nachdenken, okay? Japetos und Klymene hatten jedenfalls einen Sohn namens Atlas, der sich als herausragender Kämpfer entpuppte und auch als Mistkerl. Als er größer war, wurde er die rechte Hand von Kronos und sein Vollstrecker. Danach hatten Japetos und Klymene einen Sohn namens Prometheus, der fast so gerissen war wie Kronos. Manchen Legenden zufolge erfand Prometheus diese eine Lebensform, von der ihr bestimmt schon mal gehört habt, die Menschen. Eines Tages spielte er einfach ein bisschen am Flussufer herum, bastelte Sachen aus nassem Lehm, als er ein paar lustige Figürchen formte, die den Titanen ganz ähnlich sahen, nur viel kleiner und einfacher zu zertreten. Vielleicht fiel dann etwas von Uranus' Blut darauf, oder vielleicht hat Prometheus ihnen absichtlich Leben eingehaucht, das weiß ich nicht. Aber diese Lebenfiguren erwachten und waren damit die ersten beiden Menschen. Hat Prometheus dafür einen Orden gekriegt? Nichts da. Die Titanen betrachten die Menschen ähnlich, wie wir ein Meerschweinchen betrachten. Manche Titanen dachten, die Menschen seien irgendwie niedlich, obwohl sie verdammt schnell starben und nicht wirklich einem Zweck dienten. Andere Titanen sahen sie als abstoßende Viecher. Und wieder andere beachteten sie gar nicht. Die Menschen kauerten eigentlich eh nur in ihren Höhlen und kreuchten herum, in der Hoffnung, nicht zertreten zu werden. Die Titanen bekamen noch mehr Babys. Alle werde ich hier nicht erwähnen, sonst sitzen wir hier so lange, wie Gaia geschlafen hat. Aber Koyos und Pfeube zum Beispiel, die beiden Wahrsager, hatten ein Mädchen namens Leto, die beschloss, dass sie die Beschützerin der Jugend sein wollte. Sie war also der erste Babysitter der Welt, wodurch alle Titanen-Eltern mega happy waren, dass es sie gab. Hyperion und Theia, die beiden Lichtgestalten, hatten Zwillinge, Helios und Selene, die die Verantwortung über die Sonne und den Mond übernahmen. Ergibt doch Sinn, oder? Es geht wohl kaum heller als die Sonne oder den Mond. Helios fuhr also jeden Tag den Sonnenwagen über den Himmel, obwohl der einen furchtbaren Spritverbrauch hatte. Helios fand sich darin ziemlich heiß und hatte die nervige Angewohnheit, die Sonne seinen Chick-Magneten zu nennen. Selene war nicht ganz so abgehoben. Sie fuhr ihre silberne Mondkutsche nachts über den Himmel und blieb ansonsten eher für sich. Obwohl, einmal verliebte sie sich doch, aber das ist die traurigste Geschichte überhaupt. Die kommt später. Ein Titan allerdings heiratete nicht und bekam keine Kinder. Kronos, der Herr des Universums. Er saß nur zu Hause auf seinem Thron im Palast auf Berg Otrus und wurde sehr, sehr mürrisch, weil er zusehen musste, wie alle anderen ihren Spaß hatten. Erinnert ihr euch noch an diesen Fluch, den Uranos ihm auferlegt hatte? Dass er eines Tages von seinen eigenen Kindern gestürzt würde? Das spukte Kronos seitdem die ganze Zeit im Kopf rum. Erst redete er sich ein Ach, Kleinigkeit. Ich heirate einfach nicht und krieg keine Kinder. Aber es tut weh, wenn man allein ist, während alle anderen sesshaft werden und Familien gründen. Kronos hatte den Thron rechtmäßig erworben, aber dieser Fluch nahm, seinen Dad zerschnippelt zu haben, den ganzen Spaß. Jetzt musste er sich Sorgen machen, gestürzt zu werden, während alle anderen ihr Leben einfach genießen konnten. Uncool! Seine Verwandten besuchten ihn auch nicht mehr so häufig. Als sich Gaia wieder in die Erde zurückgezogen hatte, kam niemand mehr zum Sonntagsessen in den Palast. Angeblich waren sie zu beschäftigt, aber Kronos vermutete, dass seine Brüder, Schwestern, Neffen und Nichten schlicht Angst vor ihm hatten. Immerhin hatte er das Temperament und den Sinn für Grausamkeit von seinem Vater. Seine Sense war auch einschüchternd. Außerdem hatte er die leicht irritierende Angewohnheit zu brüllen, Ich töte euch alle! sobald ihn jemand aufregte. Aber war das etwas seine Schuld? Eines Morgens schnappte er dann wirklich über. Er wurde geweckt, weil einer der Zyklopen auf ein Stück Bronze einhämmerte, direkt vor seinem Schlafzimmer, um sieben in der Früh, an einem Wochenende. Kronos hatte seiner Mom zwar versprochen, dass er die älteren Zyklopen und die Hunderthändigen aus dem Tartarus befreien würde, aber langsam hatte er genug von seinen hässlichen Verwandten. Sie waren mit zunehmendem Alter auch immer hässlicher geworden. Sie stanken wie Dixi-Klos. Sie hatten keinerlei Hygiene und machten ständig Krach, bauten Sachen, hämmerten auf Metall, meißelten Stein. Sie waren nützlich gewesen, als sie den Palast gebaut hatten, aber im Moment waren sie einfach nur noch nervtötend. Kronos rief Atlas und Hyperion zu sich und noch ein paar weitere seiner Handlanger. Sie trieben die Zyklopen und die Hunderthändigen zusammen, indem sie ihnen erzählten, dass sie einen schönen Ausflug in die Berge machen würden, um die Wildblumen zu sehen. Dann fielen sie über die Armen her, legten sie wieder in Ketten und warfen sie zurück in den Tartarus. Wenn Gaia aufwachen würde, wäre sie nicht glücklich. Aber was soll's? Kronos war jetzt an der Macht. Mom musste sich damit abfinden. Danach war es im Palast sehr viel ruhiger. Aber Kronos war immer noch mies drauf. Es war einfach nicht fair, dass er keine Freundin haben durfte. Er hatte sogar schon ein bestimmtes Mädchen im Auge. Im Geheimen schwärmte er für Rea. Sie war zuckersüß. Immer wenn die Titanenfamilie doch mal zusammenkam, sah er ihr verstohlen nach. Sobald er sah, wie jemand der anderen Kerle anfing mit ihr zu flirten, nahm er sich denjenigen beiseite und ermahnte ihn, in einem privaten Gespräch mit seiner Sense in der Hand, so etwas nie wieder zu tun. Er liebte Reas Lachen. Ihr Lächeln war heller als der Chick-Magnet von Helios. Ähm, äh, ich meine natürlich die Sonne. Er liebte, wie ihre schwarzen Locken über ihre Schultern fielen. Ihre Augen waren grün wie eine Wiese und ihre Lippen... Nun, Kronos träumte davon, diese Lippen zu küssen. Außerdem war Rea zauberhaft und nett und alle liebten sie. Kronos dachte, wenn er eine Frau wie sie hätte, würden sich die anderen weniger vor ihm fürchten. Dann kommen sie wieder öfters im Palast vorbei, sagte Kronos. Rea zeigt mir, wie ich ein besserer Titan werde. Das Leben wäre wieder saugeil. Aber ein anderer Teil von ihm dachte, nein, ich darf nicht heiraten, wegen diesem dämlichen Fluch. Kronos grollte frustriert. Er war der König des verdammten Universums. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Vielleicht hatte Uranus ihn ja auch nur verarscht und es gab gar keinen Fluch. Oder vielleicht hätte er Glück und bekam keine Kinder. Profitipp. Wenn du vermeiden willst, Kinder zu zeugen, dann heirate keine Frau, die die Titanin der Mutterschaft ist. Kronos versuchte, sich zurückzuhalten, aber schließlich hielt er es nicht länger aus. Er lud Rea auf ein romantisches Dinner ein und schüttelte seine Gefühle aus. Er machte ihr noch dort einen Antrag. Also, ich weiß nicht, ob Rea den Typen geliebt hat oder nicht. Wenn nicht, hatte sie wahrscheinlich zu viel Angst, es laut zu sagen. Das war immerhin Kronos, der Hinterhältige. Der Typ, der ihren Dad umgebracht hat. Der König des verdammten Universums. Es war auch wenig hilfreich, dass während des ganzen Abendessens seine Sense an einem Haken direkt hinter ihm hing und die Klinge im Kerzenschein leuchtete, als wäre sie noch in goldenen Ikor getaucht. Rea nahm seinen Antrag an. Vielleicht hoffte sie ja, sie könnte aus ihm einen besseren Mann machen. Vielleicht glaubte Kronos das ja auch. Sie hatten schöne Flitterwochen. Ein paar Wochen später, als Kronos hörte, Überraschung, Überraschung, Rea ihr erstes Kind erwartete, versuchte Kronos, sich einzureden, dass alles halb so wild war. Er war glücklich. Er würde nie so ein schlimmer Vater werden wie Uranus. Es spielte auch keine Rolle, ob es ein Junge oder Mädchen titanen würde. Kronos würde ihn oder sie liebhaben und diesen dämlichen alten Fluch einfach vergessen. Das Kind kam auf die Welt. Ein wunderhübsches Mädchen. Rea hatte im Stillen schon befürchtet, dass das Kind vielleicht ein Zyklop oder hunderthändiger würde. Vielleicht hatte sich Kronos deswegen auch einen Kopf gemacht. Aber nein, das Kind war perfekt. Vielleicht sogar etwas zu perfekt. Rea nannte sie Hestia. Sie wickelte das Baby in weiche Decken und zeigte sie ihrem stolzen Papa. Zunächst lächelte Kronos. Das Kind war kein Monster. Pfiuh! Aber als er ihr Kinn kitzelte, in ihre Augen schaute und die üblichen Guuu! Guuu! Geräusche machte, erkannte Kronos, dass Hestia nicht wirklich ein Titan war. Sie war kleiner als ein Titanenbaby, aber schwerer und mit idealen Proportionen. Ihre Augen schienen viel zu intelligent für ein Neugeborenes. Sie strahlte Macht aus. Durch Kronos' Macht über die Zeit konnte er spielend herausfinden, wie das Mädchen als Erwachsene aussehen würde. Sie würde kleiner als ein Titan bleiben, aber dennoch fähig zu großen Taten. Sie würde jeden Titanen übertrumpfen, egal was sie auch versuchen würde. Hestia war wie eine neue, verbesserte Ausgabe der Titanen. Ein Titan 2.0, der nächste große Wurf. Tatsächlich war sie gar keine Titanen. Sie war eine Göttin. Das erste Mitglied eines ganz neuen Zweigs der unsterblichen Evolution. Wie Kronos sie ansah, fühlte er sich wie ein altes Nokia-Klapp-Handy im Vergleich zu einem brandneuen Smartphone. Er wusste, seine Tage sind gezählt. Das Lächeln auf dem Gesicht des stolzen Papas schwand. Das Kind durfte niemals erwachsen werden oder die Prophezeiung von Uranos würde sich auf jeden Fall erfüllen. Kronos musste schnell handeln. Er wusste, dass Rea es nicht zulassen würde, dass er ihr Kind tötete und sie hatte wie immer ihre dämlichen Löwen um sich. Er konnte keinen Kampf im Thronsaal anfangen. Außerdem bekam er seine Sense nicht zu fassen, während er das Baby hielt. Er musste Hestia auf der Stelle und unwiederbringlich loswerden. Er öffnete seinen Mund. Super duper weit. Weiter, als er selbst für möglich gehalten hätte. Sein Unterkiefer war ausgehängt wie bei diesen Riesenschlangen, die eine ganze Kuh fressen können. Er stopfte sich Hestia ins Maul und schluckte sie ganz hinunter. Einfach so und weg war sie. Wie ihr euch vorstellen könnt, rastete Rea aus. Mein Baby, kreischte sie. Du, du hast... Oh, wow, rülpste Kronos. Meine Güte, sorry. Reas Augen stachen hervor. Sie kreischte noch mehr. Sie wäre bestimmt auf Kronos losgegangen und hätte ihn verprügelt oder ihre Löwen ihn zerfleischen lassen, aber sie hatte Angst um ihr Baby, dass er jetzt in ihm gefangen war. Spuck sie aus, forderte sie. Kann ich, sagte Kronos. Ich hab nen echt starken Magen. Wenn erst mal was runtergeschluckt ist, kommt's nicht mehr hoch. Wie konntest du sie nur verschlucken, schrie sie. Das war unser Kind. Ja, was das angeht. Kronos versuchte entschuldigend auszusehen. Hör mal, Baby, das mit dem Kind wär nie gut gegangen. Gut gegangen? Es gibt da diesen Fluch. Kronos erzählte ihr, was Uranus vorher gesagt hatte. Ich meine, komm schon, Schätzchen. Das Baby war nicht mal ein richtiger Titan. Sie hätte nur Ärger gemacht. Das hab ich gesehen. Das nächste Kind wird besser, da bin ich mir sicher. Für Kronos klang das komplett vernünftig, aber aus irgendeinem Grund war Rea nicht einverstanden. Sie stürmte voll Wut davon. Man könnte glauben, Rea hätte ihm das nie verziehen. Ich meine, ihr Mann frisst ihr erstgeborenes Kind wie nen Hamburger. Eine echte Mutter vergisst sowas nicht. Aber Reas Situation war kompliziert. Zuerst einmal hatte Kronos die kleine Hestia im Ganzen runtergeschluckt. Hestia war wie ihre Eltern technisch gesehen unsterblich. Selbst im Bauch ihres Vaters konnte sie nicht sterben. Ob es dort drin eklig war? Und ob? Klaustrophobisch eng? Darauf könnt ihr wetten. Aber tödlich? Näh. Sie lebt noch, tröstete sich Rea. Ich finde einen Weg, sie zurückzuholen. Das beruhigte sie ein wenig, aber sie hatte noch keine Ahnung, wie. Gewalt war in diesem Fall wohl eher keine Lösung. Rea war auch eine sanftmütige Titanin. Selbst wenn sie versucht hätte, zu kämpfen, hätten sich die stärksten Titanen, Hyperion und dieser große Blödmann Atlas sich auf Kronos' Seite geschlagen. Sie konnte genauso wenig einen Überraschungsangriff mit einer Sense oder Messer oder gar ihren Löwen starten, ohne das Baby in Gefahr zu bringen. Vielleicht denkt ihr jetzt, warte mal, gerade hast du noch gesagt, das Kind ist unsterblich. Warum sollte Rea dann Angst haben, dass es verletzt wird? Dazu müsst ihr wissen, dass auch die Unsterblichen schwer verwundet, verkrüppelt oder verunstaltet werden können. Die Verletzung tötet sie zwar nicht, aber sie verheilt auch nicht immer. Sie bleiben dann eben ein Krüppel. Später erzähle ich euch noch von ein paar Beispielen. Rea verzichtete darauf, Kronos aufzuschneiden und dabei zu riskieren, das Baby zu zerschnippeln, denn ein zerstückeltes Leben ist kein Leben, vor allem, wenn es ewig dauert. Sie konnte sich auch nicht von Kronos scheiden lassen, denn niemand hatte bisher die Scheidung erfunden. Und selbst wenn, hätte Rea zu viel Angst gehabt, es zu versuchen. Könnt ihr es ihr verdenken? Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, war Kronos ein verrückt gefährlicher Zeitgenosse. Rea hatte das gewusst, sobald er ihren Dad mit der Sense zerstückelt hatte und danach auf der Afterparty in seinem immer noch mit Ikor befleckten Hemd herumgelaufen ist und gebrüllt hat, Geiler Mord, Jungs! High Five! Wegrennen konnte sie auch nicht, denn Kronos war der Herr der ganzen Welt. Außer sie wollte in den Tartarus hüpfen, was sie nicht wollte, gab es kein Entrinnen. Ihre größte Chance war, durchzuhalten, Zeit zu schinden und zu warten, bis sie einen Weg gefunden hatte, Hestia zu retten. Kronos versuchte netter zu ihr zu sein. Er kaufte ihr Geschenke und ging mit ihr nett essen, als ob diese Gesten Rea vergessen lassen würden, dass ihr Kind in seinem Magen versauerte. Als Kronos glaubte, genug Zeit wäre verstrichen, also etwa so drei oder vier Tage, bestand er darauf, dass sie noch mehr Kinder haben sollten. Warum? Vielleicht hatte er ja eine geheime Todessehnsucht. Vielleicht war er besessen von Uranus' Prophezeiung und er wollte wissen, ob das nächste Kind ein korrekter Titan würde oder wieder einer von diesen fürchterlichen zu mächtigen, zu perfekten kleinen Göttern. Also bekam Rea noch ein Kind, ein kleines Mädchen, das sogar noch niedlicher war als das erste. Rea nannte es Demeter. Rea wagte zu hoffen. Demeter war so hinreißend, dass sie vielleicht Kronos' Herz zum Schmelzen bringen würde. Er konnte sich doch kaum von diesem kleinen Wonneproppen bedroht fühlen. Kronos nahm das Kind in seine Arme und sah sofort, dass Demeter wieder eine Göttin war. Sie glühte mit einer Aura, die noch stärker war als Hestias. Sie bedeutete Ärger mit einem großen Ä. Diesmal zögerte er keine Sekunde. Er öffnete sein Maul und schluckte sie runter. Stichwort für die kreischende Mutter. Stichwort für die folgenden Entschuldigungen. Rea war echt kurz davor, ihre Löwen zu rufen, aber jetzt ging es um noch mehr. Jetzt hatte Kronos zwei ihrer Kinder in sich. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Da drinnen wäre es doch ziemlich eng, aber Götter sind grösentechnisch recht flexibel. Manchmal sind sie riesig, manchmal aber auch kaum größer als Menschen. Ich war nicht dabei in Kronos Bauch. Zum Glück, aber ich schätze einfach mal, dass sich die unsterblichen Babys einfach kleiner gemacht haben. Sie wuchsen weiter heran, aber sie wurden nicht größer. Sie waren wie Sprungfedern, die weiter und weiter gespannt wurden, in der Hoffnung, dass sie irgendwann komplett ausgewachsen rausspringen konnten. Und jeden Tag hofften sie, dass Kronos zum Abendessen nichts mit Chilisauce bestellte. Die arme Rea Kronos wollte es ernsthaft nochmal versuchen. Das nächste Kind wird besser, versprach er. Kein Baby verschlucken mehr. Also, das dritte Kind, wieder ein Mädchen. Rea nannte sie Hera und sie war das bisher am wenigsten titanische, dafür das am meisten göttliche Baby. Rea wurde ihrem Namen als große Mutter mehr als gerecht. Sie war tatsächlich etwas zu gut darin. Jedes Kind, das sie hatte, war besser und mächtiger als das vorige. Rea wollte die kleine Hera nicht zu Kronos bringen, aber das war damals Tradition. Der Vater durfte das Baby halten. Das war eins von diesen Naturgesetzen, auf die Themis immer so pochte. Es gab da auch ein Gesetz, das das Essen von Kindern verbot, aber Themis hatte zu viel Angst, es vor Kronos zu erwähnen. Also sammelte Rea ihren Mut. Mein Herr, ich präsentiere deine Tochter Hera. Schluck! Dieses Mal verlief Rea den Thronsaal ohne Geschrei. Sie war zu gelähmt vor Schmerz und Elend und Unglaube. Sie hatte einen pathologischen Lügner geheiratet, der außerdem ein Mörder und kannibalistischer Babyfresser war. Könnte es noch schlimmer sein? Oh, halt! Er war auch noch der König des Universums mit haufenweise starken Handlangern, weswegen sie sich nicht wehren oder fliehen konnte. Jep, es war noch schlimmer. Noch zweimal gebar sie perfekte kleine Götterbabys. Das vierte war ein Junge namens Hades. Rea hoffte, dass Kronos ihn verschonen würde, weil doch jeder Dad einen Sohn haben will zum Beispielen, oder? Das fünfte Kind war wieder ein Junge, Poseidon. Gleiche Geschichte. Rülps! Jetzt verließ Rea den Palast. Sie weinte und heulte, aber wusste nicht, was sie tun sollte. Sie ging zu ihren Brüdern und Schwestern, ihren Nichten und Neffen, zu jedem, der ihr zuhören würde. Sie bat um Hilfe. Die anderen Titanen hatten entweder zu viel Angst vor Kronos, Themis zum Beispiel, oder sie arbeiteten für Kronos, wie Hyperion, und sagten, sie solle aufhören zu jammern. Schließlich besuchte Rea ihre Schwester Feube am Orakel von Delphi, aber auch das Orakel hatte leider keinen Rat für sie. Rea rannte auf die nächste Wiese, warf sich auf den Boden und weinte. Plötzlich hörte sie ein Flüstern aus der Erde. Es war die Stimme Gaias, die immer noch schlief, aber selbst während sie träumte, konnte die Erdmutter nicht aushalten, wie ihre liebliche Tochter weinte. Wenn du dein nächstes Kind bekommst, flüsterte Gaias Stimme, dann geh nach Kreta für die Geburt. Dort findest du Hilfe. Dieses Kind wird anders sein. Es wird die anderen befreien. Rea schniefte und versuchte sich zusammenzureißen. Wo ist ein Kreta? Es ist eine Insel im Süden, antwortete Gaia. Nimm das Ionische Meer runter bis etwa Kalamata. Dann links abbiegen und weißt du was, du findest den Weg schon. Als die Zeit kam und Reas Bauch wieder anschwoll, atmete sie tief durch, sammelte Mut und wankte in den Thronsaal. Mein Herr Kronos, sagte sie, ich fahre nach Kreta, ich komme dann mit dem Kind wieder. Kreta, Kronos runzelte die Stirn, warum denn Kreta? Äh, also, sagte Rea, du weißt doch, wie Koyos und Feube manchmal in die Zukunft sehen. Ja, und? Ich will die Überraschung nicht verderben, aber sie haben vorher gesagt, dass wenn ich das Kind auf Kreta kriege, wird es dir garantiert gefallen. Und mir geht es einzig und allein darum, dir zu gefallen. Kronos war immer noch skeptisch, aber er dachte, hey, ich habe schon fünf Kinder gefuttert und Rea ist immer noch da. Wenn sie was dagegen hätte, hätte sie schon längst was unternommen. Außerdem waren seine Gedanken mittlerweile ein bisschen träge. Er hatte nun fünf junge Götter, die in seinem Magen tobten und Platz brauchten, wodurch er sich fühlte, als hätte er gerade ein Fünf-Gänge-Menü gegessen und jetzt ein Schläfchen bräuchte. Also, ich meine, fünf Götter in einem Magen. Wow, das sind genug für ein Tennis-Doppel samt Schiedsrichter. Sie waren jetzt schon so lange da unten, sie hofften bestimmt, dass Kronos als nächstes einen Satz Spielkarten verschluckte oder Monopoly. Kronos jedenfalls schaute Rea an und sagte, Und du bringst das Baby direkt zu mir? Natürlich. Okay, dann geh. Wo ist ein Kreta? Keine Ahnung, antwortete Rea. Ich finde es schon. Und das tat sie. Als sie dort ankam, traf sie augenblicklich auf ein paar hilfreiche Nymphen, die ebenfalls die Stimme Gajas gehört hatten. Sie führten Rea zu einer gemütlichen, gut versteckten Höhle am Fuß des Berges Ida. Der Heimatbach der Nymphen floss ganz in der Nähe und versorgte Rea mit ausreichend Frischwasser. Und der großzügige Wald bot reichlich zu essen. Ja, ich was anderes essen. Ein Gott zu sein wäre nur halb so cool, wenn man nicht wenigstens gelegentlich eine Pizza genießen könnte. Rea brachte dort einen gesunden Götterjungen zur Welt. Er war der prächtigste und perfekteste von allen. Rea nannte ihn Zeus, was je nachdem, wen man fragt, entweder Himmel oder strahlend bedeutet oder einfach lebend. Ich glaube ja, es ist letzteres, denn zu diesem Zeitpunkt waren Reas Ansprüche eher simpler Natur. Er sollte am Leben und bösen Mägen fern bleiben. Zeus fing an zu heulen, vielleicht weil er die Angst in seiner Mutter spürte. Der Lärm heilte durch die Höhle hinaus in die Welt, für jedermann laut genug hörbar, dass hier ein Baby geboren worden war. Na toll, mummelte Rea. Ich habe versprochen, dass ich das Kind sofort zu Kronos bringen würde. Jetzt wird er hören, dass es Zeit ist für das nächste Baby fressen. Der Höhlenboden polterte. Ein großer Stein stieg aus dem Dreck empor. Ein glatter, ovaler Felsen mit genau der richtigen Größe und Gewicht eines Baby Gottes. Rea war nicht doof. Sie wusste, dass das ein Geschenk von Gaia war. Normalerweise wäre man wahrscheinlich nicht sonderlich begeistert, wenn seine Mutter einem einen Stein schenkt, aber Rea verstand, was sie damit tun sollte. Sie wickelte den Stein in Babydecken und übergab den echten Baby Zeus in die Obhut der Nymphen. Sie hoffte nur, dass der Tausch auch im Palast nicht auffallen würde. Ich besuche euch so oft ich kann, versprach Rea den Nymphen. Aber wie werdet ihr ihn füttern? Keine Sorge, sagte Neda, eine der Nymphen, wir geben ihm Honig von den Bienen in der Nähe und für die Milch sorgt eine echt geniale unsterbliche Ziege. Eine was? fragte Rea. Die Nymphen holten ihre Ziege Almatea, die tatsächlich ausgezeichnete magische Ziegenmilch in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen abgab, darunter Fettarm, Schoko und Baby Formel. Geniale Ziege, bestätigte Rea. Aber was, wenn das Baby anfängt zu schreien? Kronos hört alles von da oben auf dem Berg Otris. Ihr habt schon gemerkt, dass der Kleine ein paar starke Lungen hat. Kronos wird das auffallen. Neda überlegte. Sie führte Rea zum Höhleneingang und rief zur Erdmutter Oh Gaia, ich weiß, du schläfst und so weiter. Entschuldige die Störung. Aber wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen bei der Bewachung des Kindes. Vorzugsweise ein bisschen sehr laute Hilfe. Der Boden polterte erneut. Drei neue Helfer tauchten auf, geboren aus Lehm und dem verschütteten Blut von Uranus. Wie schon gesagt, das Zeug spritzte praktisch überall hin. Die neuen Typen waren große, haarige, menschenähnliche Kerle, gekleidet in Felle, Federn und Leder, als wären sie gerade unterwegs zu einem Urzeit Festival tief im Regenwald. Sie waren bewaffnet mit Speern und Schilden, was sie eher wie Kopfgeldjäger aussehen ließ, als wie Kindermädchen. Wir sind die Korribanten, rief einer aus Leibeskräften. Wir werden helfen. Danke, sagte Rea, aber müsst ihr so schreien? Das ist doch Zimmerlautstärke, brüllte der Krieger. Baby Zeus fing wieder an zu heulen. Die drei Krieger brachen sofort in einen coolen Volkstanz aus, wobei sie ihre Speere auf die Schilde schlugen und brüllten und skandierten. Damit überdeckten sie das Baby Geschrei mit Leichtigkeit. Irgendwie gefiel Baby Zeus der ganze Lärm. Er schlief in Nymphenedas Armen ein und die Korribanten hörten aufzutanzen. Na gut, obwohl ihre Ohren immer noch klingelten. Sieht so aus, als hättet ihr hier alles im Griff. Sie nahm das falsche Baby. Wünscht mir Glück. Als sie auf dem Berg Otris zurück war, stürmte sie in den Thronsaal, den eingewickelten Felsen in der Hand. Sie hatte fürchterliche Angst, dass ihr Plan nicht funktionieren würde, aber nach so vielen Jahren Ehe mit Kronos war sie eine gute Schauspielerin geworden. Sie marschierte zu König allen. Ein großartiger Junge namens Rocky und ich vermute, du wirst ihn jetzt fressen. Kronos verzog das Gesicht. Er freute sich ehrlich gesagt nicht wirklich darauf, noch einen Babygott zu fressen. Er war pappsatt, aber wenn man König ist, muss man tun, was man tun muss. Ja, sorry, Liebes, sagte er, ich muss, Prophezeiung und so. Ich hasse dich, schrie sie, Uranus war ein furchtbarer Vater, aber wenigstens hat er uns nicht gefressen. Kronos grunzte, gib mir das Kind. Nein! Kronos rührte, er renkte seinen Kiefer aus und vollführte seine extremen Maulaufreiß Fähigkeiten. Sofort! Er schnappte sich den eingewickelten Stein und stopfte ihn sich in den Rachen, ohne ihn überhaupt anzusehen, genau wie Rhea gehofft hatte. In Kronos Bauch hörten die fünf unverdauten jungen Götter den Felsen die Speiseröhre runterrollen. Da kommt was, rief Poseidon. Sie versuchten aus dem Weg zu gehen, so gut es in der Enge eben ging, und Rocky landete genau zwischen ihnen. Das ist doch kein Baby, bemerkte Hades. Ich glaube, das ist ein Stein. Ihm konnte man aber auch gar nichts vormachen. Währenddessen im Thronsaal hatte Rhea einen Oscar reifen Tobsuchtsanfall. Sie schrie und trampelte mit ihren Füßen und beschimpfte Kronos aufs Übelste. Rocky! heulte sie. Nein! Kronos bekam schlimmes Bauchweh. Mann, das Kind hat gestopft, beschwerte er sich. Was hast du ihm denn zu essen gegeben? Was juckt dich das? jammerte Rhea. Ich werde nie wieder ein Kind kriegen. Das war Kronos nur recht. Er war voll bis oben hin. Rhea rannte schreiend aus dem Thronsaal und er hielt sie nicht auf. Schließlich wurde es im Palast wieder ruhiger. Kronos war überzeugt, dass er den bösen Fluch von Uranus abgewehrt hatte. Niemals würden ihn seine Kinder absetzen, denn er wusste genau, wo sie alle waren. Er war der König des Kosmos und niemand konnte ihn stürzen. Rhea besuchte in der Zwischenzeit so oft sie konnte den Berg Ida. Ihr kleiner Junge wuchs und gedieh und Rhea stellte sicher, dass er genug Gute-Nacht-Geschichten über seinen schrecklichen Vater hörte und von seinen fünf unverdauten Geschwistern, die nur darauf warteten, aus Kronos Bauch befreit zu werden. Ihr könnt also damit rechnen, dass es, sobald Zeus alt genug war, ein Vater-Sohn-Duell von epischen Ausmaßen geben würde. Wenn ihr auf ein Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage für Kronos und seine Titanen gehofft habt, dann solltet ihr an dieser Stelle aufhören. Denn im nächsten Kapitel legt Zeus so richtig los.